57 geht's mir 59 schon bei mir eingegangen wer zu mal hin zu mir mache ich freue mich was alle leise oh mein gott bei mir auch hallo wie geht's dir bitte lasst uns nicht sterben bitte lassen sie sterben auf ehre auf ehre tötet sie uns nicht was passiert hier ich sterbe glaube ich was passiert hier ist steckt was passiert hier das letzte grüne ist weg das letzte grüne ist weg das letzte grüne Stück ist weg es gibt noch gelbes Zeug auch dahinten war es letzte grüne stück Prozent wo 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 er hat er wo hat er gehört ist gleich event ich auch nein auch nicht in das neue event live event ja hier ist auch hier sind die neuen eisdinger das von solche monster die schießen solche schneeballer und die acht mal kriegt mal drei stück und das noch neu ist dass die eis map ist jetzt alles voller eis auch im paradise palm zieh überall und da es war halt fast überall welche wenn die eigentlich geklärt kriegt man eigentlich nur blue live drei stück ist hin nicht viel aber hauptsache etwas ich bekomme von großen da bekommt man 10 hier bekommt man drei ok um die zerstört bekommen was bekommt man hallo hallo hi und dann kommt auch gut ok nice dann sehen wir uns gleich noch in der lobby dann zeigt da nochmal was neues bis gleich also leid ich wir sehen uns hier in der lobby und es gibt halt neue herausforderungen man muss halt hier abschließend hier und dann wenn man die alle abschließend hat kriegt man halt die tarnung da und wenn man alle abschließend hat kriegt man halt den hängengeleiter und das war es halt mit den neuen sachen und ja tschau